Hallo und herzlich willkommen Willkommen zu einer Filmbesprechung hier beim TeleStammtisch Beginnen werden wir mit dem Film Tito, der Professor und die Aliens Den haben sich Mark und Dominik zusammen angeschaut und besprochen Ob er gut ist oder nicht, weiß ich schon, denn ich habe die Besprechung schon gehört Und wenn ihr wissen wollt, wie er nun geworden ist, müsst ihr euch die Besprechung jetzt anhören Im Anschluss folgt ein Triple zum Film Assassination Nation Hier habe ich mir zum einen den Stefan geschnappt von Du bist Nerd Und auch den Timo von Blu-Ray-Rezension.net Der also jetzt hier erstmalig dabei war Und die beiden Jungs haben sich für uns Assassination Nation angeschaut Ich habe sie dazu ein bisschen ausgequetscht Und nun gucken wir mal, wie die beiden den Film fanden Und zu guter Letzt gibt es noch ein Singlecast zum Film Backtrace Backtrace hat sich der Christopher angeschaut Ein Singlecast aufgenommen Und ja, könnte sein, dass das die vernichtete Kritik ist, die wir hier seit langem hatten Nun gut, viel Spaß jetzt hier bei diesen drei Filmbesprechungen Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram So wie beim YouTube Upload Gerne könnt ihr euch mal melden Ich habe ganz aktuell wieder eine Stellenausschreibung auf Facebook Das ist ganz spannend Es gibt da so eine Funktion, da kannst du Stellen ausschreiben Und da kann man auf Bewerben klicken Und ich kriege das alles ganz cool angezeigt Mit so verschiedensten Management-Funktionen Das ist alles über Facebook Also Leute, 2019 ist ganz spannend Nun gut, bewerbt euch mal, wenn ihr Bock habt Oder schreibt einfach mal eine fucking E-Mail Wir quatschen über Filme Wir freuen uns über neue Kollegen Wir freuen uns, wenn wir die ganze Last-Jugie hier tragen Denn wir besprechen schließlich fast alle Kinostarts, die es in Deutschland gibt Und jede Menge Heimkinostarts Wenn wir diese Last auf mehrere Schultern verteilen können Und ich kann euch garantieren Das Ganze macht mega Spaß Jo, lasst krachen, bis zum nächsten Mal Ciao Hallo und herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch Ich bin der Dom und ich bin natürlich nicht alleine Ich habe an meiner Seite den Marc Hi Marc Hallo Und wir haben uns hier heute zusammengefunden In einer gemütlichen Skype-Zweisamkeit Um über einen Film zu sprechen Möchtest du ihn ansagen oder ich? Ich kann es gerne tun Das ist Tito, der Professor und die Aliens Ja, der Name ist Programm Mehr oder weniger Also schon so vom Titel her Jetzt mit dem Film im Hinterkopf Kann ich mir irgendwie so ein bisschen herleiten Ich glaube, der Titel ist ganz am Ende der Produktion entstanden Ja, vermutlich Also, ja Weil so diese Aneinanderreihung Das ist im Prinzip eigentlich so Erster, zweiter, dritter Akt, könnte man sagen Ja Ja, aber worum geht es hier eigentlich genau? Das ist ein Film aus Italien Soweit ich weiß Genau Ist ursprünglich aus dem Jahr 2017 Dauert 93 Minuten etwa Und startet jetzt am 28. März 2019 Bei uns hier in Deutschland Und damit als Ich glaube, überall in Europa ist er schon gelaufen Außer hier Und ich frage mich ehrlich gesagt Warum er hier überhaupt ins Kino kommt Wenn ich ehrlich bin Naja, Butter bei die Fische Magst du vielleicht versuchen Den Plot so ein bisschen hintereinander zu kriegen Und wir ergänzen uns dann gegenseitig Na, ich kann es versuchen Ich habe den jetzt schon vor einer Weile gesehen Du bist da noch frischer Ja, ich habe, glaube ich, auch schon Schwierigkeiten Den Plot zu vermitteln Ja, weil der dann doch sehr holprig ist Ja Also wenn ich das Also im Endeffekt startet der Film so, dass Der Vater von Tito stirbt Tito hat aber auch noch eine Schwester Wo ich den Namen jetzt nicht weiß Anita Genau, Anita Ich hatte mal erst Alita im Kopf Aber das war noch anders Und Der Vater hat noch einen Bruder Und der ist Professor Auf der Area 51 Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe Genau Und der soll jetzt im Endeffekt Die Kinder quasi aufziehen Und Ja Das ist eigentlich Ne, das ist so Der Plot Die sollen da hin Die sollen da hin Und er soll sich kümmern Und Ja, und da passieren auch noch so ein paar Kleine Sachen Die vielleicht mit Aliens zu tun haben Ja, oder auch nicht Eher mit Ja, dazu kommen wir dann später Äh, ja 50% im Letterboxd-Format ist Also 4 zu 3 Ja, das war Ja, also spätestens Da war dann plötzlich so eine Außenaufnahme Wo, wo die Olle da irgendwie Wegrennt und heult Und dann dachte ich mir so Oh Auf einmal haben wir Whitescreen Und Obwohl man zugeben muss Die Szene, die sie dann halt Für diesen Wechsel genommen haben Die ist schon clever, ja Ja, das war schon ganz clever gemacht Das war eins zu der Highlights im Film Ja, so Visuell zumindest Genau Also ansonsten Ansonsten ist der Film auch Ziemlich überdreht in den Farmen Also wirkt das bei dir auch so Also Der hatte schon eine ordentliche Sättigung Ja, so Übersaturiert auch Würde ich schon sagen Also auf der anderen Seite ist natürlich Da in den Außenaufnahmen Jetzt auch nicht viel zu hohl In der Wüste Wir können ja mal kurz Ganz kurz mal eben Eigentlich nur den Cast streifen Weil ich persönlich Kannte da auf Deutsch gesagt Keine Sau Nee Geht mir eh nicht Bis auf hier die Hier die Blondine Hier Clements Poesie Die kannte ich Die dürfte man Also hier die Ja, was war die jetzt eigentlich Die Fahrerin Die, die betreute Hat so ein bisschen Genau Die, die betreut hat Und die Heimlich in den Prof verknallt ist Oder so Genau Und dann irgendwann Eine sehr scheußliche Perücke trägt Im Laufe des Films Vielleicht sollten wir noch sagen Dass vom Professor Die Frau auch verstorben ist Die Nee Die beiden haben nicht zusammen Das Projekt gemacht Er hat das Projekt gestartet Dieses Forschungsprojekt Ganz alleine Oder hat er es alleine Oh Ist schon so lange her Genau Mit Unterstützung Der Air Force Äh, glaube ich Komplett im Dunkeln Und dann denken sie Irgendwie Sie werden in Voll das Luxushaus ziehen Genau Mit Swimmingpool und allem Und dann sind sie Auf Deutsch gesagt Am Arsch der Welt Ähm Ja So Mitten in der Wüste In einem Aufblastzelt Genau Also grundsätzlich Kann man vielleicht sagen Dass der Film Ein ziemlich kleines Budget Gehabt haben muss Weil so wenig Szenenbilder Wieder drin waren Also das ist ja quasi Nur Wüste Und ein bisschen CGI Ja Wo sie es tatsächlich Wirklich da gedreht haben Habe ich gelesen Also Andere Aufnahmen Sind in Äh In Spanien entstanden In Almeria Okay Aber Die Hauptdreharbeiten Fanden tatsächlich Auch An der Area 51 Stadt Also Ja okay Das wird eventuell Für einen italienischen Film Nicht ganz so billig Gewesen sein Mich wundert das nur Dass halt hier Clermonts Poesie Da drin ist Weil Das ist eigentlich Eine Französin Die kennt man aus Ich weiß nicht Brügge sehen und sterben Kennst du? Ne Ach schade Weil da ist sie zum Beispiel Drinnen oder Die kennt man auch Aus den Ähm Aus zwei drei Harry Potter Filmen Kennt man die Als diese arrogante Französin Die Okay Zwei drei Sätzchen Sagt in der ganzen Reihe Ja Das kommt mir Bekannt vor Ja okay Ihr merkt schon Uns fällt es schwer Den Plot Irgendwie zusammen zu fassen Ja Es ist Also Aus meiner Sicht Hat der Film Unglaubliche Probleme Beim Pacing Ja Ähm Und Teilweise Bist du wirklich Am überlegen Ob es Äh Überhaupt Ein Skript gab Ja Teilweise Fühlt sich so an Als wenn irgendwie Lücken drin sind Ja Also Da werden so Sachen Voraussetzend Die man vorher nicht mal Irgendwie erahnen konnte Dass so Personen reagieren So fühlte sich das für mich Teilweise bei der Schwester an Ja Die Schwester ist eh Eine furchtbare Figur gewesen Fand ich Also die hat auch Einen total Sinnlosen Subplot Wo es dann auch so Anklänge gibt Von wegen Äh Weiß ich nicht Die Amerikaner tun sich Total schwer Weil sie ist irgendwie Ja noch Äh Minderjährig Mit Mit 16 Oder was Und da ist dann Irgendwie so ein So ein Army Guy Bei den Amis Und hat totale Hemmungen Sie Mit Mit ihr zu tanzen Oder so Bei so einer komischen Ja was Was war das eigentlich Eine Hochzeit Das war eine Hochzeit Die hatte da Stimmt Die Fahrer Also die Die da Die Fahrerin ist Die organisiert Solche Alien Äh Außerirdischen Hochzeits Partys Ja Generell spielt Da hat das Damit auch viel zu tun Dass die Quasi Touristen Sachen da abfeuern Ja Genau Die Gibt es nochmal So ein paar Äh Stellen wo Quasi die alten Gestrandeten Ehemaligen Entführten Von Aliens Sich so Aufhalten Und versacken An so einem Äh Trailer mit Äh Bar Das war Mich schon so leicht Äh Weiß ich nicht Also Gar nicht mal An der Stelle Also es gab ja noch Diese Diese Albtraum Sequenz Einmal Die wirklich schon So leicht Psychedelisch war Und gleichzeitig Trashy Also Also richtig Richtig Trashy Also mit dem Mit dem Jungen jetzt Wo er da irgendwie Von Aliens träumt Oder was auch immer Also was man noch Hinzufügen muss Dass Ähm Dieser Professor Macht ja irgendwie Ein Experiment Weil er vor Jahren Äh Weiß ich nicht Aus dem Nachthimmel Die ähm Die Die Stimme seiner Verflossenen gehört hat Und die jetzt irgendwie Zurückverfolgen will Und keine Ahnung Es werden dann auch irgendwie Wieder von Von seinem Bruder Also dem verstorbenen Vater Werden irgendwie Immer wieder Ja so So Ähm Videobotschaften Eingespielt Ja die sollten bestimmt Noch mal so ein bisschen Erklären was das zu tun hat So wirkte das Ein bisschen Sein Abschiedsvideo An seinen Bruder Ja Ja Da ist aber auch immer Die Frage Ob das Weil Ja wohl es wiederholte Sich auch immer wieder Also Naja hat es sich öfter Angeguckt Ja ja Und dann Dann war es wahrscheinlich Nicht jetzt irgendwie Weil Der Der Sohn Fängt dann nämlich Ständig an Er will Irgendwie Seinen Vater Im Jenseits Anfunken Genau Und Unser Herr Verschrobener Professor Kommt damit Irgendwie gar nicht Klar Und Was man auch noch Erwähnen muss Was Ganz nett war Und mich so ein bisschen An Moon Tatsächlich erinnert hat Äh Weiß nicht ob den Auch jemand kennt Von Duncan Jones Ähm Mit Da ist Sam Rockwell Muttersehen Alleine auf der Mondbasis Nur mit einem Roboter Sehr empfehlenswerter Film Ja gut So die Stellen gab es unten Im Bunker Sowas Ja das So diese Die haben da so ein Also er nennt es offiziell Eigentlich ein Decoder Aber es ist eigentlich Praktisch eine Vollwertige KI Als Roboter Die dann auch mal eben So als die Kinder Irgendwie ankommen Kann die In Windeseile Durch Durch logische Zusammenhänge Ermitteln Wer das denn jetzt ist Der da steht Genau Aussehen tut es aber Wie ein Weiß ich nicht Ein Roboter Entwurf aus den 60ern Man muss sagen Das Ich muss zugeben Das hatte schon Gewissen Charme Also es Es gibt so ganz Nette Science Fiction Seitenhiebe Auch in dem Ding Also generell Merkt man Das ist irgendwie Auch eine Hommage An diesen Area 51 Kult Das stimmt ja Das kommt da so ein bisschen raus Gerade am Ende Fahren die ja schon So leichte Vibes von Weiß ich nicht Unheimliche Begegnung Der dritten Art Oder so auf Na Aber insgesamt Ich weiß nicht Die Du merkst halt auch Also ich hab auch Vorhin noch nachgelesen Die Regisseurin Die hat Also das ist ihr zweiter Film Muss man noch sagen Das ist eine Regisseurin Tatsächlich Ich wollte gerade Ja ich wollte gerade Nachfragen Paola Weil hier steht Paolo Paola Randi Genau Ja Das ist Ist ihr zweiter Spielfilm Und sie hat vorher Eigentlich fast nur Kurzfilme gemacht Und das merkt man Irgendwie auch Weil ich finde Das ist das große Problem Die Story Soweit sie überhaupt Teilweise existent ist Ja die wird nicht Vorangetrieben Ja da wird nichts Erzählt So richtig Die gibt es halt Auch nicht her Also die Die gibt keine Anderthalb Stunden her Ich hab mich ständig Gefragt Was soll jetzt Noch kommen Ach du hättest Das gut füllen können Also da Kannst du locker Ein bisschen Die klassischen Dramaturgischen Sachen einbauen Weil davon war ja Gar nichts zu sehen Das war ja alles So ein Stückwerk Das ist für mich Wirkte das alles Wie so ein Stückwerk Die müssen das machen Dann müssen sie Das machen Vielleicht bringen wir Das noch mit rein Und zum Schluss Müssen wir noch was Auflösen Wo keiner richtig Durchsteigen Ja man hatte irgendwie Teilweise wirkte es so Als hätte man irgendwie Darauf losgedreht Einfach mit einem Rohkonzept Im Kopf Und dann irgendwie Also gewisse Szenen Passen auch nicht Zueinander Ganz merkwürdig ist auch Der Musikeinsatz gewesen Auch den fand ich Eigentlich ganz Nicht Also die Musik Ist mir noch positiv Aufgefallen An manchen Stellen Ja nicht Also die Musik An sich fand ich Ganz merkwürdiger Mix War das irgendwie So Klischee Italienisch Damit kam ich Einigermaßen klar Ja und gleichzeitig So ein Ja aber gleichzeitig So ein So ein So ein So ein So ein Country Touch Das klang Durchaus interessant Es passte nur in Allen möglichen Szenen Nicht Das stimmt ja Also so rein emotional Hat es für mich Überhaupt nicht Funktioniert Also ich glaube Ich glaube hier aber auch Dass der Film So wie ihn So wie wir So wie wir Ihn gucken durften Mit der Synchronisation Auch viel kaputt gemacht hat Oh ja Weil die Synchronisation Ist Also So schlecht Ja vor allem von der Tochter Also Die ist zum Weglaufen Die quietscht Wie so eine Cartoon Figur Die wirkt da auch Mal eine Ebene drüber Also sie wirkt nicht Als wenn sie zum Film gehört Ja Das war halt so schade Deswegen denke ich Wenn man das vielleicht Original mit Untertitel Wäre es vielleicht Ein bisschen Angenehmer Ja weil es waren Viele Störfaktoren Deswegen drin Also auch die Reaktionen Also die Synchronisation Spiegel quasi nie Die Reaktionen Der Schauspieler Irgendwie wieder So wirkt es Ja teilweise wirkte es Richtig drüber gesprochen Schon Also wie Wie bei so schlechten B-Movies CD irgendwie Weiß ich nicht Um 0.05 Auf Tele 5 Sehen kannst Oder so Ja genau So wie Alte So wie der Alexander der Große Den ich Den Tag gucken durfte Da war das so Aber der ist von 1956 Da sage ich Okay Da waren sie noch Nicht so weit Jetzt Also jetzt müsst ihr eigentlich Dieses billige Studio Eine bessere Synchro Hinkriegen Ja es war auch glaube ich Eine relativ Günstige Synchro Also ich habe zum Beispiel Auch niemanden Also ich kenne mich Eigentlich relativ gut aus Mit Synchronsprechern Und ich achte auch immer sehr Weiß ich nicht Weiß ich nicht Verpeilten Wissenschaftler Aber Also ihn als Figur Fand ich Fand ich teilweise Kackenlangweilig Muss ich sagen Ja weil auch Der gehandelt hat Ohne Motivation Du hast es nicht Du wusstest nicht Wie der tickt Also du hast nicht mehr Irgendwie erklärt Die kriegt Der ist verschroben Und dafür war er noch Nicht mal richtig Verschroben Da saßte Der lag immer nur Auf dem Sofa rum Am Anfang Und hat da mit seinem Weltraum Hörgerät Ihr hört Also mehr war das ja nicht Und dann kam kurz mal Die Die Bunkernummer Wo du dann denkst Okay was kommt jetzt Und dann ist da der Roboter Und alles ist eingestammt Weil er Dann doch nichts Wiederfindet Und dann wird nochmal kurz Erklärt Ah Wir können das Signal Eigentlich nur entdecken Wenn eine bestimmte Konstellation im Universum Stattfindet Wo wir uns dann quasi Schon dem Ende nähern Und Ja Ja auch so Ich hatte echt Problem mit den Reaktionen Der Schauspieler Also wie die Etabliert wurden Also die prügeln sich Also ich hätte am Anfang Nicht gedacht Dass der überhaupt In der Lage ist Sich zu hauen Und so ging das Die ganze Zeit Die die Schwester Da Die macht Sachen Ja Will sie ihn aufreißen Dann ist sie total Dann haut sie ab Mit ihrem Bruder Ohne dass sie das Irgendwie Weiß ich nicht Das war Also der Film hat Also grundsätzlich Wenn man sagen kann Was positiv war Manche Einfälle Der Umsetzung Waren schon gut Ja also so Gerade der Übergang Von 4 zu 3 Zu 60 zu 9 Das war nett Manche Musikstücken Waren nicht schlecht So manche Kamerasachen Waren auch okay Aber ich fand Der Film war auch Immer so ein Touch Also ein Tucken Zu weit weg Von den Schauspielern Also du hast auch nie So richtig Emotionen Sehen Kurz diese Liebesgeschichte Mit dem Professor Und die Wir nennen sie mal Fahrerin Weil wir sie nicht Machen können Und Die Szene im Container war super Ja Die mochte ich Also die Stelle Das war so eine Ach die Die mit den beiden Wo sie da dieses Mit diesem Sofa da Genau Das war so eine Das Das war das Das hatte so einen Leichten Wes Anderson Vibe für mich schon Und das mit dem Mit dem Sofa war War eine witzige Idee Das stimmt Genau aber auch so Da war auch wieder So ein bisschen so Es fehlte so ein Ein Fünkchen Romantik Ja also das kam ja Auch gar nicht auf Also die Die Welt war irgendwie Die ist so verschoben Ich glaube wir sind Auch nicht die Richtigen Um den Film Objektiv Also objektiver Zu beurteilen Ja Unser Kamerad Fehlt ja quasi Der dem Film Sehr gut fand Stimmt ja Wenn ich mich richtig erinnere Jens Vermutlich wäre denn Der Cast jetzt hier So ein bisschen Aussieglich Aber jetzt dröschen wir Den doch schon ganz schön Ach ja Dem Film haftet halt So dieses Etikett an Nett und gleich Wieder vergessen Aber sehr doll Also In Ja also Ich wollte es jetzt Noch gelinde formulieren Ich bin ja eigentlich Nur mal so grottenfies Ja aber Ja ich weiß nicht Also mir Vielleicht bin ich da jetzt Irgendwie auch so ein bisschen Beeinflusst von hier Love, Death and Robots Zuletzt Gut Das ist jetzt ein Tiefer Sturz Ne 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 Ich hatte einfach so Zwischendurch hatte ich Den Den Gedanken Was wäre wenn man das So umgesetzt hätte In 5 Minuten Also dieselbe Story Aber in dem Stil Und in 15 Minuten Ja dann wäre es Charmant Ne Also dann Dann hättest du einfach Auch ein besseres Pacing Weil der Film Plätschert so vor sich hin Und teilweise hast du auch Das Gefühl Also hab ich ja schon Am Anfang gesagt Dass der Titel Dass das jedes Wort Im Titel Eigentlich ein Akt ist Aber es gibt eigentlich Keinen zweiten Akt Wenn du wirklich Drüber nachdenkst Du hast eigentlich Ein Erster Akt Der sich irgendwie Ewig hinzieht Und in dem eigentlich Nix großartig passiert Und dann Ist so Von wegen so Oh ja wir müssen ja Jetzt so langsam mal Zum Höhepunkt kommen Genau Und dann bauen sie auch Noch so Sachen ein Wie fliegende Untertassen Also Raumschiffe Die plötzlich auftauchen Ja oh Gott was Die aber nicht Die aber nicht von Außerirdischen gelenkt werden Sondern von Soldaten So hab ich es verstanden So wie die sich da Unterhalten haben So Drohnen Genau das wirkte halt auch Wie eine komplette Sci-Fi Station Die dann da plötzlich Aufgetan wurde Die man vorher Auch nicht gesehen hat Ja Ja was sollen wir noch sagen Ich Was ich noch Hervorheben möchte Ich fand ja Diese Masken Sehr drollig Die sie sich da Aufgesetzt haben Um da nicht Abgeschossen zu werden In der Area 51 Gut die kann man Vermutlich da kaufen Vor Ort Sie Weil die Das Mädel Hat sich dann irgendwie Also sie Kurz zur Erklärung Sie fährt dann Irgendwie mit so einem Typen hinten Auf dem Bike Setzt sie sich einfach drauf Und dann setzen sie sich Beide Masken auf Um halt ihre Gesichter Zu verbergen Und sie hat irgendwie So eine Maske auf Die aussieht wie die Von Jodas Oma Also das war sehr Interessant Ja gut Was soll man noch Zu sagen Vielleicht nimmt Jens ja nochmal irgendwie Den Single Cast auf Und rettet den Film Vor uns Damit die Wertung Ein bisschen Neutraler bleibt Ja Ja wir sind uns glaube ich Zu sehr einig Also ich finde den Film Jetzt nicht schlecht Ich wundere mich ehrlich gesagt Dass er ins Kino kommt Weil Das ist so ein Kandidat Der kommt hier direkt Auf DVD raus Eigentlich Ja und verschwindet In der Versenkung Und läuft dann abends Mal 24 Uhr Auf Arte Ja genau Ja so ein Kandidat Dann kann ich dir versprechen Schläft man ein Ja Weil dafür ist zu wenig Passiert zu wenig In den ersten 45 Minuten Dass du sagst Okay Da ist jetzt irgendwas Was dich mitnimmt Sei es die Story Oder sei es die Das Feeling ja Ich habe ja auch Keine Probleme Mit solchen Filmen Wenn wenigstens Irgendwas drin ist Was mich mitnimmt Und wenn es nur Die Stimmung ist Unabhängig der Story Aber irgendwie War das gar nicht Ich muss da Manchen Stellen Hat schon so ein bisschen Es hatte manchmal So einen ganz leichten Wes Anderson Vibe Aber Keine Ahnung Als hätte Wes Anderson Versucht einen Arthouse Film zu drehen So wirkte das Du fragst dich jetzt halt Auf wer soll sich den Jetzt ansehen Weil ein lupenreiner Kinderfilm ist es Nicht wirklich Finde ich Ja das kommt noch dazu Ich hatte mal kurz Drüber geschaut Was so Was die so geschrieben haben Die Der Verleih so Komödie für die ganze Familie Also eine Komödie Sehe ich da Überhaupt nicht Nee Also Ja weiß ich nicht Höchstens Tragisch Komisch An manchen Stellen Sowas Also maximal sowas Also ich konnte Es gab keinen Moment Wo ich lachen konnte Ja Also auch nicht irgendwie Schmunzeln Oder sagen Ach guck mal Das soll ein Witzgewesen sein Das war ja auch nicht Ja Manches wirkte schon sehr bemüht Ne Auch gerade am Anfang Genau Also Vielleicht gehen wir mal Schon mal zum Ende Weil mehr können wir Gar nicht mehr sagen Nee Und ich denke Also das Ende War einfach Sagen wir mal Schön Ja Also Es war emotional Aber Nicht erklärend Keine Ahnung Was das Das war so Das war so ein Typisches Kunstding Das passte auch nicht In diesem Film Das wirkte total so Weiß ich nicht Also Es erinnerte mich schon So leicht an Darren Aronofsky Filme Wenn ich ehrlich bin Weiß ich nicht So Fountain Zum Beispiel Weil das Das ging ja wirklich Schon so ins Ja weiß ich nicht New Age Esoterische An der Stelle Ja Genau Und das passte Überhaupt nicht In diesen Film Also durch diese Krude Erzählweise Hast du auch die Botschaft Nicht wirklich Mitbekommen Ja Also Nee Ja gut Die Botschaft ist natürlich Irgendwie von wegen so Ja das Leben geht weiter Und Häng nicht in der Vergangenheit Ja ich Ich will jetzt halt auch Nicht so viel verraten Aber Wenn sich den unbedingt Jemand ansehen möchte Nur zu Äh Ich Weiß auch nicht Ich fand das Fand das merkwürdig Also Schon irgendwie Ein seltsamer Film Also So gewisse Punkte Gibt es bei mir halt noch Für Ich weiß nicht Ich mag hier halt Clomons Poesie Mag ich Die war irgendwie auch Ganz niedlich Ja die hat Die hat so ein bisschen Funktioniert ja Die wurde auch gefühlt Irgendwie besser erklärt Ja nur irgendwie Wurde dann halt mit ihrer Figur Nichts gemacht Also ich dachte mir Zwischendurch Gott endet das Ganze Jetzt einfach in der Romanze Zwischen Zwischen ihm und ihr Ne Ja das wäre es wegen Zwischen hätte man was Ja dann Dann wäre es so Ich weiß nicht Kennst du Kennst du den Film Den Ähm Ja ein bisschen unbekannter Den hat der Regisseur von Jurassic World Vor Jurassic World Gemacht also Von dem ersten Äh ja sehr geiler Satz Jetzt hier Egal Ne sagt mir nichts Ne das ist so ein Das ist so ein Zeitreisefilm Der heißt irgendwie Safety Not Guaranteed Und der basiert Irgendwie so darauf Dass jemand in einer Annonce in eine Zeitung gesetzt hat Ah ich will eine Zeitreise machen Wer will mitkommen Und der Film Der druckst sich Die ganze Zeit Drumherum Dass jetzt endlich mal Die scheiß Zeitreise Los geht Weil man halt kein Budget hat Und es ist dann Ja ich denke Ich denke hier Zum Schluss haben sie halt Auch das Budget Nochmal verbraten Also CGI Effekte Waren ja nicht schlecht Also die Raumschiffe Die man jetzt zweimal Sehen hat Die sahen ja gut aus Da dachte ich mir so Oha Die waren okay Na für die Art von Film Vom Design her Waren sie nicht schlecht Ähm Und halt dann nochmal Zum Schluss Die Wettereffekte Und das so wie sie es Inszeniert haben Das war schon emotional Also da habe ich schon Auch schlucken müssen So weil da gab es Das erste Mal Überhaupt Emotionen Zum Schluss Also Also Oder so was wie Greifbare Emotionen Nicht dieses 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 Comicky Rumgedruckse Von der Tochter Zum Beispiel Die man wirklich einfach Oh Gott ey Am liebsten hätte ich die Rausgeschrieben Aus dem ganzen Film Ja weil die Was hatte die für eine Rolle Die Großschwester Die aufpasst Die irgendwie Abenteuer Mit irgendwelchen Jüngeren Männern erleben will Und dann doch zu dem Ähm Na Leicht zurückgebliebenen Nevada Äh Dorfling Äh Ja Überschappt So ein So ein So ein richtiger Dorfdude Genau Ach naja Ne Also ich weiß Können wir eine Empfehlung Aussprechen Ich denke eher Also weiß ich nicht Ich bin ja nicht so ein Studiokinogänger Aber ich glaube auch die Hätten ihre Probleme damit Würde ich auch sagen Weil Der ist nicht Tiefgründig genug Ja keine Ahnung Ich Ich müsste mir den Trailer Auch vielleicht nochmal ansehen Der ja eigentlich sogar Ganz nett war Sonst hätte ich mir den Film Ja nicht angesehen Ähm Aber Keine Ahnung Ey Nichts kommt gegen dieses Dieses bleierne Pacing an In diesem Film Er ist halt einfach Wahnsinnig schleppend erzählt Und Weiß ich nicht Dann guckst du auf den Timer Und denkst dir so Ja mein Gott Jetzt ist die Hälfte von dem Ding Rum und es ist praktisch Nichts passiert Genau Also ich hab auch jetzt Erst mitgekriegt Dass das 92 Minuten Nur waren Also es fühlte sich Das war schon fast So ein Herr der Ringe Ritt Oh Herr der Ringe Ist jetzt aber wirklich Ein extremes Beispiel Von der Länge nur Ja Naja egal Ich würde sagen Wir kommen zum Ende Ich weiß nicht Ich hau meine Wertung Jetzt einfach mal raus Kackendreiß Wie ich nun mal bin Ach Mit viel gutem Willen Und zugedrückten Augen Zwei von fünf Sternen Puh da hast du auch Schon viel zugedrückt Ja Ja es ist irgendwie Ich kann dem ja Auf der anderen Seite Irgendwie auch nicht böse sein Es ist nur halt Einfach so wenig Fleisch Da dran Ne Und das frustriert Weil man hätte Durchaus aus der Idee Was machen können Also Ja und total simpel Also Ja Da brauchst du nicht mal Groß drüber nachdecken Da hast du einen Plot Der besser ist als das Ja das ist Denke ich Also Das klingt zwar Vielleicht arrogant Aber es ist so Es ist einfach so Glaubt es ihm Ja Ja also Von meiner Seite Weiß ich nicht Also fürs Ende Ein Punkt Weil ein Stern Das Also ich hab Seltsich Oh Weiß ich nicht Ich Wo Jens geschrieben hat Es war schön Dachte ich mir Ja wirklich am Ende Also am Ende Sage ich ja Dann geb ich Ja Vielleicht Ne 1,5 Fürs Ende Aber ansonsten Das war nichts für mich Ja das Ende ist glaube ich Auch so Da ist halt wieder so Dieser Dieser Kurzfilm-Effekt Von wegen Das ist die Szene Die eigentlich der Kurzfilm Hätte werden sollen Und dann hat man drumherum Den Den ganzen anderen Scheiß gebaut So wirkte das auf mich Genau Naja gut Vielleicht nimmt ja Jens Nochmal ein flammendes Plädoyer Für den Film auf Unbedingt Weil Ich glaube wir sind da Wirklich nicht Ratsam Es wird Eine Zielgruppe geben Definitiv Aber ich kann sie Gerade nicht ordnen Ich kann nicht klar sagen Okay Der XY Kumpel aus meiner Ecke Wird den Film gut finden Dafür Also hätte ich den jetzt Irgendwelchen Leuten empfohlen Hätten die mir Meine Kompetenz entzogen Quasi Ja Ich hab nicht viele Filme Wo ich sage Das ist verschwendete Zeit Aber das hier Es ist halt ein Zwitterfilm Weil er Weißt du Normalerweise mag ich das eigentlich Wenn du einen Film Nicht irgendwie In den Genre pressen kannst Ja aber wenn Ja na klar Aber den hier Ja weiß ich nicht Der ist halt irgendwie Hängengeblieben Zwischen Arzi Fazzi Und Und Weiß ich nicht Kinderfilm Und er ist aber Am Ende Nichts von Beidem Sondern irgendwie Ein ganz merkwürdiger Zwitter Ja Ja Und für ein Kind Ist das auch nicht so toll Weil dann kriegst du nur mit Okay Man kann mit seinen Verstorbenen Über ein Über ein Bild Telefonieren Ja Sozusagen ins Weltall Skypen Genau Und ich glaube damit Hören wir lieber auf Jetzt Ja Okay Ihr wisst Bescheid Weiß ich nicht Wenn der Film dann irgendwie 2021 Um ein Uhr morgens Auf Ater läuft Genau Könnt ihr ihn euch gerne ansehen Also Gerne Ruhig kommentieren Mich würde das schon interessieren Was andere Leute in dem Film sehen Ja Also das wäre jetzt wirklich interessant Ich bin immer offen für alle Argumente Wenn ich irgendwas nicht gesehen habe Bin ich Lasse mich gerne überzeugen Also ich habe auch Kurz nachdem ich den Film gesehen habe Hatte ich dann auch tatsächlich Eine Kritik gefunden online Die war relativ positiv Ja Ich auch Ich war aber fassungslos Ja So Mit diesem wunderschönen Gedanken Verabschieden wir uns Genau Ich hoffe das war halbwegs unterhaltsam Wie wir über diesen eigentlich völlig Belanglosen Film Bannerwatt haben Na wir haben die positiven Stellen Ja Vorgehoben Ja Und die wenigen schlechten Stellen Sehr ausgedehnt Ja Nennen wir es so Okay Wir hören uns beim nächsten Mal Genau Macht's gut Ciao ciao Tschüssi Herzlich willkommen Beziehungsweise im Stream Und er hat uns auch ein Singlecast schon gegeben Ich glaube das war zu Das war nicht City and the City Was genau das war Wird er uns gleich sagen Moin Stefan Hi Grüß dich Ja ich bin der Stefan von Du bist Nerd Und Bei uns gibt es allerhand an Material zu Filmen, Serien, Comics Und generell Nerd Stuff Ich war hier schon dabei Wie du sagtest Bei Fantastische Tierwesen Die Serie hieß Missions Das war diese Diese französische Sci-Fi Serie Und damals Ganz am Anfang Bei Infinity War War das Stimmt Bei der Runde In der regulären Ausgabe Wo wir so ein bisschen Über die Erwartungshaltung glaube ich gesprochen hatten Genau Ja mega Vielen Dank auch Dass du dir für uns Heute die Zeit genommen hast Mit uns über den Film zu plaudern Und damit das Ganze Ein bisschen mehr Schmiss kriegt Ein bisschen fantastischer ist Und vielleicht auch Noch kleines Stückchen Unterhaltsame Haben wir uns noch Einen weiteren Experten hinzugeholt Jemanden den ich auch Im Internet aufgegabelt habe Denn Er hatte bereits Über den Film gesprochen Beziehungsweise hat glaube ich Eine Kritik gepostet gehabt Hat zumindest denke ich Den Hashtag benutzt Ich habe ihn glaube ich Auf Twitter gefunden gehabt Und jetzt müssen wir mal gucken Wer er eigentlich ist Hallo ich bin der Andi Wer bist du? Hallo ich bin der Timo Und vielen Dank Für den Druck Den du erzeugst Gängstehen Ja dir danke Genau Ich bin Timo von Blue-Ray-Rezensionen.net Das ist mein Blogprojekt Und ich beschäftige mich Wie der Name schon sagt Vornehmlich mit Blu-Ray Beziehungsweise seit zwei Jahren Auch mit 4K UHD Rezensionen Ich mache das so ein bisschen Auch von der technischen Seite aus Weil das ist das wo ich herkomme Als technischer Redakteur Mal lange Zeit gearbeitet Und betrachte dementsprechend Auch relativ intensiv Bild und Tonqualität Aber natürlich kommt der Film Auch nicht zu kurz Ganz im Gegenteil Ich kämpfe mich dadurch Alle Genres eigentlich durch Das Einzige womit ich Nichts anfangen kann Ist Volkstümlicher Film Und Asien Kino Ist nicht so ganz meins Aber da fehlt mir auch Einfach der Background Und ansonsten Ja auch gerne so ein Quatsch Wie das was wir heute besprechen Ja Quatsch ist ein gutes Stichwort Ich habe von dem Film Schon einige Sachen gehört Und ich gehe richtig In der Annahme Wenn du sagst Du kommst von der technischen Seite Und deine Seite beginnt eben Deine URL beginnt mit Blu-Ray Eine DVD kommt dir nicht ins Haus Oder? Eher nur noch selten Also ich meine Es gibt noch so vereinzelte Titel Die dann wirklich Nur eine DVD Premiere kriegen Und gar nicht auf Blu-Ray erscheinen Und wenn das mal was Ganz ganz tolles ist Dann mache ich das auch Aber das passiert so Bei 1 von 200 vielleicht Okay Wie ist eigentlich ganz kurz Deine Meinung zum Streaming Ich habe gehört Ich glaube es war Samsung Dass die nicht mal mehr Blu-Rays produzieren Keine Blu-Ray-Player mehr Oder Blu-Ray-Player Ja genau Aus dem Player-Geschäft ausgestiegen Aus dem UHD-Player-Geschäft auch Ich sage mal so Wenn der schlechteste Hersteller Von UHD-Playern aufhört Ist das nicht ganz so schlimm Okay Alles klar Da spricht anscheinend wirklich jemand Der da ein bisschen Ahnung hat Dann werden wir uns jetzt mal Auf den Film stürzen Und ich bin gespannt Wie er euch gefallen hat Denn Assassination Nation Ist vom Regisseur Sam Levinson Und Sam Levinson Kennt man eventuell Von anderen Filmen Wenn man sich hier mal Die Liste anguckt Wo er so beteiligt gewesen ist Dann ist es eigentlich Jetzt hier als Regisseur Nur noch Another Happy Day Ich weiß nicht Ob das mit Happy Death Day Zu tun hat Ich glaube es fast nicht Nee hat es nicht Ist etwas ganz anderes Ja wie sieht es aus Stefan Kanntest du den schon irgendwoher War der dir ein Begriff Nee hat mir gar nichts gesagt Auch nicht Aber ich habe einfach auch Nur mal kurz Google quasi gefragt Und da kam auch nur raus Dass er relativ neu im Business ist Zumindest jetzt bei dem Im Blockbuster Business Ja Ja da war definitiv noch nicht so viel dabei Er war wohl auch schon irgendwie Also Drehbuchautor Wie es scheint Für verschiedenste Sachen Ich kannte ihn jetzt nicht Timo hast du den schon mal auf dem Schirm Null Ich kenne nur den Nachnamen Aber er wird vermutlich Nicht der Sohn von Barry sein Also deswegen Geben wir ihm die Chance Dass er mit seinem Regie-Debüt Halt auch Irgendjemanden erreicht Mal gucken wen Dann sollten wir drauf zu sprechen kommen Wovon der Film eigentlich handelt Stefan magst du vielleicht mal Versuchen Die Handlung weitestgehend Ja auch wenn es geht Erstmal spoilerfrei Zu beschreiben Und zusammenzufassen Timo du kannst dann gerne noch ergänzen Klar die Handlung ist eigentlich Relativ kurz und einfach zusammengefasst Also wir bewegen uns In einem kleinen Städtchen Namens Salem An einer Highschool Und im Grunde geht es um vier Freundinnen Die ein ganz normales Highschool-Leben leben Bis auf einmal ein Hacker Auf die Idee kommt Die Daten von allem In der Stadt anwesenden Personen Quasi zu teilen Mit allen Und hier wird in den Fokus gestellt Brisante Chat-Nachrichten Videos und Kleine private Filmchen Die man eigentlich nicht so Anderen Leuten zeigen möchte Und das sorgt halt für Einen riesen Tumult Zwischen den Einwohnern des Städtchens Ja und da geht es dann auch Da wird dann nacheinander Der Bürgermeister Er ist verdächtig Dann wird Beziehungsweise der Bürgermeister Dem seine Sachen werden geleakt Dann werden die Sachen vom Schuldirektor geleakt Und am Ende werden dann Wie ich sagte Die Sachen von allen geleakt Und dann wird ein Sündenbock gesucht Und das ist eigentlich Denk ich der Kern der Story Dem habe ich so nichts mehr zuzufügen Okay Sehr gut In den Trailern Die ich vor einiger Zeit gesehen hatte Und auch von Besprechungen Die ich andererorts schon gesehen Gehört und gelesen habe Hatte ich den Eindruck Als wäre das Ganze Irgendwie auch relativ Action geladen Und es gäbe auch den Ein oder anderen Schusswechsel Und Kampf Stimmt das? Soll ich mal anfangen? Definitiv Also das Du hast so ein bisschen Eine Zweiteilung Des Films Das Ganze fängt Betont cool an Sag ich mal Rassucheur Versucht da So ziemlich alle Stilmittel Die Die Filmhistorie In ihrer 150-jährigen Geschichte Schon mal gezeigt hat Nacheinander Ja An den Start zu bringen Ob das jetzt Überblendungen sind Off-Kommentare Splitscreens Und so weiter Fängt direkt mal an Mit einer Tarantinoesken Erzählweise Und Filmart Sodass du das Gefühl hast Hier Versucht jemand schon Sehr stark Auf die Kulttube Zu drücken Im zweiten Teil Ändert sich das Ganze So ein bisschen Und wird dann vom Ja Aufgeregten High School Social Media Kritikübenden Drama Zum Blutigen Thriller A la The Purge Ist er sehr explizit Oder ist es dann doch Eher so ein bisschen Zurückhaltend Was meint der Stefan dazu Ja das ist halt das Problem Beim Film Er weiß halt nicht genau In welche Richtung er gehen will Er ist halt mal Zurückhaltend Und ruhig Hat auch diese ganz ruhigen Szenen zeitweise Wo man schon fast so denkt Okay jetzt Jetzt könnte es auch mal Wieder vorwärts gehen Auch Szenen Die sehr lange gedehnt sind Sehr lange ausatmen Und andererseits Dann aber auch wieder Sehr schnelle Schnitte Sprünge Also ich muss sagen Ich hatte zeitweise Echt Probleme Mit den ganzen Schülern Und den ganzen verschiedenen Namen Überhaupt zu wissen Von wem jetzt gerade Geredet wird Und bin dann da zeitweise Auch rausgekommen Weil es wirklich so schnell Hin und her gewechselt hat Also das springt halt Hin und her Was Ja Muss jeder für sich selber entscheiden Ob es gut oder schlecht ist Mich hat es so ein bisschen verwirrt Muss ich sagen Das klingt ein bisschen so Als gäbe es keine klaren Protagonisten Sondern eine große Anzahl an Schülern Meinetwegen jetzt Oder generell Figuren Die alle so ein bisschen Screentime haben Und gemeinsam eine Handlung erzählen Täuscht der Eindruck Oder gibt es schon irgendwie Leute Die besonders wichtig sind Denn zum Beispiel bei dem Cover Sehen wir vier junge Frauen Vorne drauf Haben die eine größere Rolle Tobi Wie sieht es aus? Timo Entschuldigung Haben sie definitiv Also es gibt schon diese vier Mädels Die im Prinzip im Fokus stehen Von denen dann wiederum eine Die Lilly Noch mal die zentrale Rolle spielt Weil an ihr hangelt sich das Ganze So ein bisschen entlang Das schon definitiv Aber dadurch, dass der Regisseur Mit seiner Art und Weise Die ersten, ich sag mal 30, 40 Minuten zu filmen Einfach so viele Stilmittel vermengt Und so hektisch arbeitet Verlierst du halt So ein bisschen die Übersicht Über das Ganze Und der reißt halt unglaublich Viele Themen an Versucht viel Ja, Kritik auch Nicht unbedingt durchzuziehen Aber zumindest mal anzusprechen Was so Social Media Geschichten angeht Was das Leaken von Informationen angeht Das Hacken und so weiter angeht Beschränkt sich dabei aber Das wird der Stefan vielleicht noch bestätigen Auf Ja, auf ein bestimmtes Themengebiet Nicht irgendwie Politischer Natur Sondern halt eben Auf ein ganz bestimmtes Thema Und das ist vielleicht Ein bisschen zu kurz gedacht Und zudem kommt dazu Dass die Figuren kaum Möglichkeiten haben Sich zu entfalten Es gibt zum Beispiel Was mir persönlich eigentlich Ein schöner Ansatz war Der aber halt leider Unausgereift ist Bei den vier Mädels Gibt es auch eine Transgender Dame Die Becks Die durchaus dramatische Szenen hat Die aber zum Teil untergehen In Splitscreens Und ja Es wirkt irgendwie viel gewollt Aber nicht so ganz viel gekonnt Das sowas kann ja verschiedene Gründe haben Zum einen Weil man vielleicht auch Den Zuschauer nicht überfordern will Weil man eben doch Eine breite Masse erreichen möchte Und zu viel Tiefe vielleicht abschreckt Es könnte auch genauso gut sein Dass da kein richtiges Konzept dahinter war Da die Absichten vielleicht auch größer waren Als naja letztlich die Möglichkeiten Des produzierenden Teams Ich weiß nicht so genau Woran das liegen könnte Das müsst ihr mir sagen Wenn ich jetzt hier den Cast durchgehe Sehe ich eben ja verschiedene Namen Von Figuren Die anscheinend alle Keinen Nachnamen haben Sondern sich vermutlich Alle nur mit spannenden Namen Wie M Oder Becks ansprechen Vielleicht könnt ihr da mal Die ein oder andere Figur rausfischen Und mal so ein bisschen beschreiben Was ist denn jetzt eigentlich Das Besondere daran Ist da vielleicht jemand dabei Der besonders positiv Oder besonders negativ Hervorgestochen ist Gibt es vielleicht Schauspieler Und Gesichter Die man irgendwoher kennen kann Ja da würde ich euch einfach mal Fragen und bitten Darauf Lust zu legen Ja also Schauspieler Die man kennt Oder die mir jetzt Zumindest ins Auge gesprungen sind Waren dann einmal Bill Skarsgård Der spielt hier einen Freund Von einer der vier Damen Von der Lilly Das ist der Pennywise Aus Stephen King's It Im Remake Dann haben wir noch Bella Thorne Die kennt ihr mal Vielleicht ist so Die spielen in relativ vielen Serien Und Filmen Immer mal wieder eine Nebenrolle Ansonsten eine Model Und dann haben wir noch Joel McHale Von Community Von der Serie Das waren so Zumindest die Personen Die mir ins Auge gesprungen sind Und die sind bekannt Sind die auch gut? Ja Bill Skarsgård Hat natürlich nur schöne Performance abgeliefert Bei It Ja Joel McHale Hat auch Ein sehr sympathischer Typ gewesen Bei Community Spielt hier eigentlich Eine entgegengesetzte Rolle Zudem Ja Bella Thorne Ist so das typische Mädel Also eine typische Nebendarstellerin Das sind jetzt nicht die Hauptfiguren Haben die sonst noch nicht Viel Screentime Oder sind die einfach nur Sind die dir aufgefallen Oder wie sieht das aus? Das ist ein bisschen Schwer zu beantworten Also wir haben Ich stelle einfach mal Ein paar Leute vor Ja Wie gesagt Wir haben diese vier Mädels Wovon jetzt Lili und Bex Weil sie halt ein Transgender ist Eigentlich Ein bisschen Herausstechen Und Lili halt die Hauptdame ist Also von den vier Mädels Die auf dem Cover sind Ist Lili schon das Mädel Um die es Sag ich mal 70% der Zeit Eigentlich geht Dann haben wir ihren Freund Und dann wie gesagt Dann haben wir noch den Bella Thorne spielt Wie heißt sie? Regan Auch noch eine wichtige Rolle Wir haben den Schuldirektor Und wir haben den Bürgermeister Und das ist eigentlich schon Das Ganze Der ganze Cast Der so wichtig ist Für die Handlung Die Personen werden eingeführt Und werden auch Ordentlich vorgestellt Und dann Die erste Hälfte des Films Geht es eigentlich auch Ein bisschen darum Die Beziehungen zwischen Allen Darstellern Und allen Personen Nochmal herauszustellen Und aufzugreifen Klarzustellen Ja und es sind wirklich Viele Beziehungen Zwischen den Personen Und Ja und dann Wie gesagt Dann kommt halt irgendwann Dieser Moment Wo der Hacker halt Quasi diese ganzen Daten Veröffentlicht Und dann brechen Da natürlich diese ganzen Einzelbeziehungen Untereinander zusammen Und auch die Beziehungen Zwischen Dieser Gruppe Vom Mädchen Und dem Dorf Also darum geht es Dann auch nachher Nochmal im Speziellen Genau also Was ich noch Sagen würde Oder Vorhin habe ich gesagt Dass diese Zweiteilung Des Films Im zweiten Teil Geht es halt tatsächlich Sehr sehr deutlich Also nicht nur Erzählerisch Sondern auch optisch In diese Perch-Richtung Ja weil auch Die Geouteten Menschen der Stadt Dann plötzlich Alle mit irgendwelchen Masken Größtenteil sogar Mit Star Spangled Banner Also mit Amerika Flagge Masken Durch die Gegend rennen Und halt Jagd Auf diese Vermeintlichen Verursacherinnen Machen Das Ganze wird dann Auch extrem blutig Teilweise Zumindest Da hat Der Regisseur So ein paar Gute Sachen Versteckt Wie ich finde Zumindest Es gibt Eine Szene Die mir persönlich Sehr sehr herausstach Das ist Ich würde sagen Eine knapp Fünfminütige Plansequenz In der Die vier Mädels Innerhalb eines Hauses Sich befinden Noch mit der Mutter Von der einen zusammen Und dann von außen Im Prinzip Die Die Hexenjagd Beginnt Und das Haus Von außen Belagert wird Und auch Die Leute Eindringen Wie in einem Klassischen Home Invasion Thriller Und da ist es so Dass es wirklich Extrem spannend Aufgebaut wird Sehr sehr Atmosphärisch Gefilmt ist Durch diese Plansequenz Das macht Spaß Also das ist so Ein Moment Wo ich dachte 90 Minuten lang Home Invasion Home Invasion Das hätte der Regisseur drauf Aber Dieses Zusammenfügen Von Ich sag mal Mindestens Drei Wenn nicht Vier Oder sogar Fünf Genres Das ist halt Nicht so ganz Glücklich Insgesamt Ja und das ist Das Problem Von dem Film Genau Wir haben das Jetzt schon gesagt Der Film ist Zwei geteilt Am Anfang Haben wir Diesen Kunstfilm Wo er Sich dann aber auch Noch ganz Verschiedene Stilrichtungen Ausprobiert Ich kann mal Eines Szenen als Beispiel Nennen Da wird der Bildschirm Da gibt es nicht Nur ein Split Screen Da gibt es Ein Triple Screen Wenn man das so nennt Ja der wird Wirklich Drei geteilt Und da werden Parallel Drei Handlungsstränge Gezeigt Auf einer Teenager Party Bei dunklem Licht Und man Und jede Szene Die gezeigt wird Ist irgendwie nur Zwei Sekunden lang Und man Versteht halt Gar nichts Ja Man sieht halt Da werden Kult und Kunstansätze Vollzogen Oder hat man halt Versucht Und das Das klappt halt Einfach Nicht Auch schon nicht In dem Moment Und in dem Moment Wo der Film Dann in diese Purge Richtung geht Ist halt Der ganze Kunstteil Auf einmal Weg Und wir Befinden uns In diesem Purge Teil Wo es dann Wirklich Ums Jagen Und Abmetzeln Und töten Und töten Einfach 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 Sehr Unlogisch Ist Und ich Bin kein Verfechter Von Logik In Action Filmen Aber Es sind so Ein paar Kracher Dabei Wo man Sich einfach Denkt Das ist Jetzt so Schlecht Gemacht Einfach Nur damit Die Handlung Funktioniert Und sowas Es fällt halt Einfach Negativ Auf Das ist Nicht Schön In so einem Film Timo Das klingt Jetzt vor allem Auch Nach einem Film Wo ich Mich Echt So Ein Bisschen Auch Naja Um Die Nachvollziehbarkeit Kümmern Würde Also Insbesondere Die Frage Wie Realistisch Ist Das Denn Jetzt Haben Wir Dieses Dorf In diesem Dorf Gibt Es Offensichtlich ein Leak Von sehr Privaten Daten Ob man Das Konzept Leak Daten Leak Überhaupt Versteht Als Zuschauer Der Man Vielleicht Nicht So Internet Affin Ist Okay Das Ist Die Eine Frage Aber Was Ich Jetzt Viel Spannender Finde Ist Die Frage Wie Wahrscheinlich Das Ist Dass Die Alle So Freidrehen Also Ist Es Nicht Wahrscheinlicher Dass Die Sich In Ihr Höchstchen Verkriechen Oder Einfach Alle Umziehen Weil Sie Keine Lust mehr Haben Auf Die Action Wie Realistisch Oder Nachvollziehbar Ist Denn Die Handlung In diesem Punkt In dem Punkt Gar Nicht Also Ganz Klar Nicht Ich Denke Die Thematik Die Angesprochen Wird Die Ist Schon Reell Die Ist Auch Aktuell Das Ist Sicherlich Was Diskussionswürdig Ist Und Uns Alle Irgendwo Betrifft Wie Konsequent Das Letztendlich Im Film Durchgezogen Ist Das Mal Dahing gestellt Aber So Wie Es Dann Sich Am Ende Darstellt Das Natürlich Vollkommen Unrealistisch Vollkommen Überzogen Und Da Müssen Wir Auch Nicht Darüber Diskutieren Also Dann Wäre Es Eigentlich Dann Hätte Es Ein Drama Werden Müssen Mit Mobbing Und Mit Teenagern Die Selbstmord Begehen Oder So Aufgrund Dieser Tatsache Aber Nicht In Dieser Eskalation Enden Dürfen Ich Denke Das Ist Nicht wirklich Realistisch Nee Was Ich Ganz Gut Finde Das Sind Schon So Zum Teil Ansätze Die Kommentare Auf Die Generation MeToo Zum Beispiel Das Gibt So Eine Situation Die Mir Persönlich Gut Gefallen Hat Es Eine Relativ Ruhige Szene Zwischen Dieser Lilly Und ihren Eltern Die Sitzen Beim Abendessen Es War Mittlerweile Bekannt Geworden Dass Der Schulleiter Auf Seinem Handy Bilder Von Seiner Sechsjährigen Tochter In Der Badewanne Geschossen Hat Und Auf Seinem Eigenen Handy Drauf Hat Woraufhin Man Dann Eine Kleine Hexenjagd Gegenüber Diesem Schulrektor Eingeleitet Hat Und ihn Als Pädophilen Bezeichnet Wo Lilly Zu ihren Eltern Sagt Die Eltern Sind Natürlich Überprotektiv Und Sind Der Meinung Ja Dieser Schulleiter Der Gehört Weg Und Das Ist Alles Ganz Furchtbar Und Lilly Sagt Irgendwann Nacktheit Ist Nicht Gleich Bedeutend Mit Sexualität Ich Finde Das Ist Ein relativ Starker Kommentar Auf Die Generation Fand Ich Einen guten Ansatz Wird halt Dann Aber Auch Nicht So wirklich Weiter Verfolgt Es Ist Nur Noch Wieder So Eine Randnotiz Auf dem Weg In Die Eskalation Nachher Zum Schluss Man Hätte Da Sicherlich Ein paar Gute Ansätze Gehabt Aber Es Ist Durch Diese starke Vermischung Von Genres Und Durch dieses Mehr Und Leider Auch Nicht Sonderlich Ausgereift Das Ist Schade Bevor Wir Jetzt Zu unserem Fazit Kommen Würde Ich Euch noch Bitten Da Seid Herzlich Eingeladen Gibt Es Noch Punkte Die Wir Besprechen Sollten Bei Filmen Bietet sich Da So Häufig An Sachen wie Kamerafahrten Bilder Soundtrack Besondere Kostüme Oder Besondere Ideen Die Da Vielleicht Umgesetzt Wurden Sind Stefan Fangen Bei Dir An Gibt Es noch Punkte Die Wir Erwähnen Sollten Man Kann Ganz Klar Sagen Der Film Versucht Auf Alle Fälle Ein Bisschen Bunter Zu Sein Wir Segen Immer Knallige Farben Knallige Kostüme Ja Gut Am Ende Zum Ende Hin Wird der Film Bisschen Düsterer Aber Am Anfang Ist Alles Sehr Hell Und Poppig Auf Alle Fälle Das Ja Auch Wieder Der Eindruck Dass Man Hat Versucht Über Die Kante Wieder So Ein Bisschen Richtung Kult Film Zu Kommen Also Man Einfach Die ganze Zeit Im Film Das Gefühl Alles Was Der Film Macht Versuchte Zu Machen Um Timo Am Anfang Angesprochen Irgendwie In die Tarantino Richtung Zu Gehen Ja Und Der Film Versucht Alles Um Genau In die Richtung Zu Gehen Und Irgendwie Auch So ein Kult Film Zu Werden Das Gefühl Hat Nur Zumindest Die ganze Zeit Ich glaube Nicht Dass Er Mit der Intention Gedreht Wurde Aber Das Gefühl Kommt Die ganze Zeit Durch Und Schadet dem Film Eigentlich Im Prinzip Nur Timo Wie sieht es Bei Dir Aus Vielleicht Kannst Du Auch Noch Ein paar Worte Dazu Verlieren Weil Du Da Die Expertise Mitbringst Wie Ist Die Verarbeitung DVD Beziehungsweise Das Zusatz Material Was erwartet Uns Da Qualitativ Und Technisch Zusatz Material Ist Lau Bis Wenig Also Es gibt Noch Irgendwie So Ein Kleines Gag Reel Featured Also Pannen Vom Dreh Und So weiter Und Nochmal 17 Minuten An Entfernte Szenen Das Wissen Wir Vom Großteil Der Filme Herr der Ringe Ausgenommen Sind Meistens Zurecht Entfernt worden Ansonsten Bild Sehr mittelpressprächtig Das hat man schon besser gesehen Da Gefällt mir die Schärfe nicht Zum Teil wird sehr stark mit unterschiedlichen Stimmitteln gearbeitet Ist Filmisch Gewollt Sieht aber technisch nicht so toll aus Beim Sound Finde ich es Besser Da geht es schon ziemlich ab Du hast relativ viel Tiefdruck Du hast eine sehr lebhafte Surround Szene Und das kann schon was Und noch Punkte die vielleicht inhaltlicher Weise erwähnen sollten Oder hat Stefan da bereits alles gesagt Im Prinzip hat er alles gesagt Meine Lieblingsszene ist die Home Invasion Szene Die ist wirklich gut Man kann sich den Film angucken Der ist nicht so dass er nicht unterhält Aber man darf ihn vielleicht nicht bis aufs letzte sezieren so wie wir das gemacht haben sondern eher ein bisschen Kopf ausschalten und sich berieseln lassen Dann ist das Ding nicht ununterhalts euch also bitten noch ein paar wenige finale Worte zum Film zu finden und dabei nicht nur eine Punktevergabe zu machen zwischen 0 und 5 Punkten also wo 0 eine absolute Katastrophe und 5 ein absolutes Meisterwerk ist Ihr könnt da gerne auch Abstufungen vornehmen das ist ganz allein euer Ermessen Also Punktevergabe und vielleicht in den wenigen finalen Worten wer denn doch Zielgruppe dieses Films sein könnte Stefan wie sieht es mit dir aus Feuerfrei Ja Feuerfrei also ich habe den Film geguckt ich habe nach dem Trailer ein bisschen etwas anderen Film erwartet mit mehr Action und gut habe ich am Ende bekommen leider hat der Film mit relativ viel Gesellschaftskritik angefangen was auch okay gewesen wäre wenn er halt dabei geblieben wäre ich finde der Film war okay er ist jetzt kein Film wo ich jetzt traurig bin dass ich ihn damals nicht im Kino gesehen habe und wenn ich eine Punktevergabe machen müsste dann würde ich sagen dass ich ihn irgendwo zwischen 2 und 2,5 Punkten ansetze und er ist auf alle Fälle wie der Timo gerade schon gesagt hat eher für einen Abend Kopf ausschalten man will mal einfach irgendwie was sich berieseln lassen oder irgendwas nebenher schauen oder auch ganz gut wahrscheinlich für den Abend mit seinen vielleicht mit den Mädels oder mit seinen Kumpels das ja ich denke der Film sorgt für einige Lacher wenn man den in der Gruppe guckt von daher geht die Empfehlung auf alle Fälle in die Richtung Dankeschön Timo was sagst du ich schließe mich dem Fazit mit dem Rudel gucken an da macht er mit Sicherheit mehr Spaß ist schon er hat einen coolen Look muss man so sagen hat ein paar coole Ansätze finde ich auch ganz ganz nett gemacht wie gesagt nicht zu sehr hinterfragen das Ganze sondern einfach ein bisschen berieseln lassen Zielgruppe ist ab 16 freigegeben da darf es gerne losgehen viel älter als 25 werden die meisten nicht sein die sich angesprochen werden wie rechne ich jetzt 7 von 10 auf Punkten von 5 aus also für mich ist er 7 von 10 wenn es um den reinen Unterhaltungswert geht und der Filmhistoriker Filmwissenschaftler geht wahrscheinlich eher auf 4 von 10 Punkte ok alles klar das ist eine gute Einordnung Stefan Timo vielen Dank schon mal für eure Zeit die ihr euch heute genommen habt mit uns über den Film zu plaudern wie immer ist es so dass wir in den Showloads alle relevanten Links zu euren Webseiten und Social Media Auftritten finden sodass man gegebenenfalls auch nochmal Direktkontakt zu euch aufnehmen kann und sich vor allem Eindruck davon verschaffen kann was ihr sonst noch so macht wenn ihr gerade nicht beim Telestammtisch zu Gast seid ich danke euch vielmals dass ihr dabei wart und freue mich schon auf unsere hoffentlich baldige nächste Besprechung bis dann ciao tschüss hallo hier ist Christopher und ich begrüße euch zu meiner Besprechung von Backtrace der Film hat eine Laufzeit von einer Stunde und 32 Minuten ist ab 16 Jahren freigegeben es ist ein Thriller slash Kriminalfilm Regie führte Brian A. Miller und in den Hauptrollen sind Sylvester Stallone Matthew Modine und Ryan Gussman zu sehen MacDonald gelingt mit einer Beute von 20 Millionen Dollar der Raub seines Lebens doch muss er bitter für die Aktion bezahlen nicht nur werden seine Komplizen bei einer Schießerei getötet sondern landet er selbst auch noch im Gefängnis zudem leidet der Kriminelle an Amnesie und kann sich nicht daran erinnern wo er die Beute nach dem Raubzug versteckt hat drei Unbekannte wollen ihm Abhilfe schaffen entführen ihn aus dem Gefängnis und verabreichen McDonald Medikamente die seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen sollen je mehr sie sich dabei einem Durchbruch nähern desto näher rückt ihnen Polizist Sykes auf die Pelle warum das ist die große Frage die hier über allem steht warum hat Sylvester Stallone sich für diesen Murks hergegeben gerade in diesem Jahrzehnt hat er doch so etwas wie eine Renaissance erfahren er hat das Expendables Franchise gestemmt er hat Rocky Balboa zurückgebracht dafür sogar eine Oscar Nominierung erhalten und in diesem Jahr bringt er sogar Rambo wieder ins Kino und auch die anderen Filme die er so dazwischen gedreht hat haben wirklich gut Laune gemacht ich erinnere da an Escape Plan oder Bullet in the Head und nun das hier das hier ist wirklich das Musterbeispiel für die Art von Filmen die aus gutem Grund niemals ins Kino kommen und sofort zur DVD oder Blu-Ray Premiere werden und das ist ein Musterbeispiel dafür aus den 90er Jahren oder aus den frühen 2000ern denn mittlerweile sind Streaming Produktionen oder auch Filme die nicht mehr so ins Kino kommen sehr viel hochwertiger als das was man hier vorgesetzt bekommt das ist schon wirklich erschreckend die Regie ist vollkommen einfallslos die Bilder sind allesamt auf Fernsehserien Niveau teilweise noch darunter und die Story zieht sich selbst für 90 Minuten so unglaublich in die Länge dass man sich denkt wer hat dieses grünes Licht für dieses Skript gegeben nachdem Matthew Modanes Charakter halt aus dem Gefängnis befreit wird von diesen drei Leuten bekommt er halt diese Droge verabreicht die seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen soll und alles was man dann zu sehen bekommt ist wie er mit furchtbaren Kopfschmerzen und Flashbacks durch die Gegend rennt und versucht sich daran zu erinnern wo nun das Geld versteckt ist während man zeitgleich immer Sylvester Stallone in einem Polizeirevier sieht wie er auf Karten und Fotos und Zeitungsartikel starrt und versucht daraus schlau zu werden und das ist es tatsächlich im Großen und Ganzen Actionfreunde werden am allermeisten enttäuscht sein es gibt eine große Schießerei am Anfang und es gibt eine große Schießerei am Ende dazwischen passiert praktisch gar nichts und auch diese Schießereien sind zumindest nicht verwackelt gefilmt oder unübersehbar gefilmt das ist dann auch das einzige Look das ich dafür geben kann ansonsten sind sie so 0815 das kann man wirklich in jeder Folge von CSI oder ähnlichen Serien besser sehen und auch Sylvester Stallone Fans werden sich hier auch nur am Kopf kratzen und fragen was soll das weil seine Rolle ist wirklich noch nicht mal so richtig groß über weite Strecken kann man ihn gar nicht sehen und das ist ein ziemliches Trauerspiel ihm hier zuzusehen ehrlich ich finde er hat sich in seinen anderen Filmen noch halbwegs irgendwie besser aus der Affäre ziehen können ich weiß nicht ob es daran liegt wie er hier ausgeleuchtet wird aber man sieht ihm mittlerweile das Alter so heftig an sowohl im Gesicht als auch in seinen Bewegungen dass man ihm doch schon sehr bald die Rente herbei wünscht und das war es im Großen und Ganzen auch es ist absolut vergessenswerter Schrott der wirklich noch nicht mal die Ausleihgebühr wert ist tut euch das nicht an schaut euch irgendwas anderes an egal was was euch mit Sylvester Stallone in der Vergangenheit immer gefallen hat das hier ist der vergessenswerteste Müll den ich seit langer langer Zeit im Action Genre ertragen musste und damit möchte ich auch schnell zum Ende kommen ich gebe 0,5 von 5 Punkten und verabschiede mich das war Christopher für der Tele-Stammtisch Applaus 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 Vielen Dank.